Also Erfüllter. Also, zeig ich mach's immer wieder aus, den Sprachchat. Erstmal nicht werde ich das gemacht aneinander, whatever. Quests halten eine auf manchmal. Noch 110.000. Hier sind gute Stellen, glaub ich. Gleich kommt die Körbe. Die große, große Körbe. Das nächste große Körbe. Das Spiel kann einfach nicht sparen, der muss alle nehmen. Der muss sie alle nehmen, mit cooldown. Weißt du, man ist nur guter Tänk und auch wirklich alle Körbe und es nutzt. Dazu gehören kleine, aber auch große Körbe. Und holy crap. Holy crap. Ich hab auch noch mein Ding da gebaut. Ey, rock mal Körbe. High five. Ich komm mit den Augen her, ne? Bewege. Ich bewege ihn schon mal ein bisschen aus. Ich bin Zeit zu sparen. Ja. Du, 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 du. Das geht nicht weiter, ja. Und jetzt geht er weiter. Boah. Das möchte ich vorher noch einen Lied haben. Bevor ich mich der nächste Riesengruppe crashe. Deshalb 62 oder nicht? Oh fuck it. Ja, screw it. Dammit, whatever. Just face it. Das lief mal ziemlich smooth. Mhm. Mhm. Yup. Ja, wir kommen langsam wieder zu unserer Höchstform. Trotz noch ziemlich rückwärtigen die Rückwärtigen. Ja, das ist das Rückwirkungsverbot an Strafen. Ja, das geht nicht. Aber du smile dich noch jemand mit dem Hammer hier? Ja. Starplay? Ja. Nice smile. Hast du Coldplay gemacht? Ja, Coldplay hab ich gespielt und wurde auch eiskalt gecatcht. Das könnte ziemlich er sich werden. Na, die Krabben kommen nicht weg. Die scheiße Krabben. Denn sie essen keine Pinguine. Ja, schnell. Wenn ich meine riesen Krabben... Ah, da hinten... Oh, was? Die Krabben wollten einfach nicht in meinen Blick fällt kommen, ist leider. Oh, nö. Ich habe scheinig Glück, ich bin mir nicht... Oh, nö. Danke schön, hast du gesehen? Ich habe das gesehen, einfach bis zu oben. Wir haben so Bäm, stand so und im nächsten Moment... Boom, war so weg. Ja, aber... Ich so... Äh, Smiley, jetzt... War so weg. Mach ich überhaupt Smiley? So kam sie nicht raus. Ah, cool. Die Skills sind einfach einzigartig. I'm something special. Ah, wir haben keine Quests zum Moorich, keine Zeit dafür. Ja. Man springt übrigens nicht wie ein Idiot hier ins Wasser, sondern geht aus. Nein, nein. Wie eine Mücke ins Wasser. Das weiß ich nicht mehr, weiß ich wirklich nicht. Ah, der hat ja mal richtig HP. Ja. Wenn man keine Angst hat, kämpft mal unter Wasser. HP Kerkeling. Man war sehr schlecht. Hahaha. Mach du's doch besser. Du hast schon das Maximale rausgerutscht. Oh, oh. Huh? Ich glaube, ich hätte so ein Säure-Ding erwischt, aber das sind die anderen auch erwischt eigentlich. Mich hätte sie auch erwischt. Oh. Säurespritzer. 1044. 2170. Ah, 2170 war übrigens Outfit. Oh, der war Geist freilassen durchs Portal und nicht mehr darüber nachdenken. Türs Portal ist ganz weit weg. Ach, du Scheiße. Wusstest du das vorher schon? Ja. Deswegen habe ich meinen Geist nicht freilassen. Du kannst mich ja trotzdem noch wiederbelehen. Wenn ich wiederbeleht werde, ja. Willst du wiederbeleht? Er hat die Party verlassen. Du warst ein Arsch. Weißt du, ich denke da manchmal, ich spiele kein Healer mehr. Einfach, warum soll die Leute heilen, weißt du? Warum? Aber ich bin doch nicht zu dir. Ja. Dann kann ich dich hier in Scooby. Aber doch niemanden sonst. Warum sollst du auch andere heilen? Aber Scooby, warum sollten wir Tango und Tida spielen und andere sozusagen durch die Indie ziehen? Das stimmt, oder? Äh. Na doch. Warum geht's das schade? Weil du gehörst du über Watzinger? Das denke ich einfach so. Warum? Du hast so gesehen schon recht, ne? Boah, was soll ich jetzt dafür tun oder dagegen tun? Kannst ja gar nichts tun. Man muss es einfach positiv sehen, weißt du? Wofür kommen die Leute alle niemals hoch irgendwo, ne? Weil sie ja Ärsche sind. Wir waren auch noch hier in der Katarit? Ich meine so allgemein, weißt du. Weder Real Life noch, noch WoW, ne? Deswegen sind auch die Leute so verbittert. Verbittert? Das auch. Weißt du, weil Gott straft früher oder später. Entweder verlieren sie beide Beine oder so. Aber laut deiner Theorie bestraft er sogar sofort ingame. Nämlich mich immer und immer wieder. Nur dich, Scooby. Weil er dich mag. Weil er dich sofort wieder auf den guten Weg führen möchte. Na? Na, Scooby? Na? Ich muss Pipi machen. So. Ja, ihr wisst, dass ich recht habe. Scooby mit seiner Fahrtfinderblase. Meine Mädchen. Meine Mädchen. Und jetzt habe ich Hunger. Aber auf was? Auf was? Auf was? Hm. Vielleicht auch Vanilleeis mit Bananen. Ja, das will ich jetzt. Ich bin bein정. So. H인, Hix. Da bin ich wieder. Code of a miss, missing in action. Ich werde wieder das Lied überfassen. Ich tut mir leid. Du siehst der Line? Geht schön. Habe ich wirklich getan, danke. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich sing immer gerne allein, weil da kann mir niemand die Show stellen. In meinem Singskill geht das auch schneller als mein Ding. Als er zerkältet war, habe ich Sings da ruhig gerockt. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja.